Meine Damen und Herren, wir werden versuchen, Ihnen in einer Stunde möglichst viele Gedichte zu Gehör zu bringen. Und wir wollen hier auf dem Podium über Poesie sprechen. Sie fragen sich, geht es zusammen? Messe, Betrieb und Gedichte ist ein Experiment, das wir hier zum zweiten Mal durchführen. Im letzten Jahr hat es wunderbar funktioniert. Da haben wir das erste Mal eine Lyrik-Empfehlungsliste vorgestellt. Das ist das zweite Mal in diesem Jahr, dass die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung, die Stiftung Lyrikkabinett in München und die Literaturwerkstatt in Berlin gemeinsam diese Lyrik-Empfehlungen herausgeben. Zwölf Kritiker, Leser und Vertreter von literarischen Institutionen empfehlen Gedichtbände. Es ist kein Ranking, es ist keine Bestenliste, sondern es soll eine Handreiche sein, eine Möglichkeit für Einstiege, für Schneisen, für Zugänge, für Möglichkeiten, sich mit der ganz vielfältigen Produktion der Gegenwartslyrik auseinanderzusetzen. Es gibt vielleicht Vorurteile, gegen die wir kämpfen müssen, wenn wir hier eine Lanze für die Lyrik brechen wollen, aber die Erfahrung zeigt, wenn man selbst Lyrik hört, vermittelt sich sehr schnell die Schönheit, das ästhetische Erlebnis, das Gefühl durch Sprache, ganz neue Bereiche unseres Lebens kennenzulernen, die Sicht auf die Welt zu verändern. Das ist zumindest unser Anliegen. Und es gibt so einen gewissen Widerspruch. Auf der einen Seite eine blühende Landschaft, was junge Verlage angeht, die sich für Lyrik einsetzen, selbstlos zum Teil, viele sind auf der Messe hier vertreten, Festivals, gut besuchte Veranstaltungen und auf der anderen Seite immer noch so ein kleiner Mangel an Aufmerksamkeit. Aber es hat sich ja alles geändert. Jan Wagner hat gestern den Preis der Leipziger Buchmesse entgegennehmen können. Zum allerersten Mal ging dieser Preis an einen Lyriker für ein Gedichtband. Und darüber freuen wir uns alle. Und wir freuen uns insbesondere, weil er selber so bescheiden ist, dass er gerade im Gespräch sagte, ja, das ist eine Auszeichnung für uns alle und für die Lyrik. Und so wollen wir das heute begreifen. Es werden vier Autorinnen und Autoren lesen. Wir beginnen mit Marcel Bayer, der vorgestellt wird durch Michael Braun. Michael Braun ist ein Kritiker, der seit Jahren die Lyrik-Szene verfolgt, beobachtet, beschreibt, wie kaum jemand sonst. und hat selber Silke Scheuermann vorgeschlagen und wird jetzt aber mit derselben Leidenschaft, wie er Silke Scheuermann vorgeschlagen hat, Marcel Bayer vorstellen und sein Band Grafit, also Gedichte vom Niederrhein. Michael Braun. Mein Gott, mein Gott, es hat gesungen, heißt es einmal in einem Gedicht von Marcel Bayer. Mein Gott, mein Gott, es hat gesungen. Und in der Tat, es singt in den Gedichten von Marcel Bayer. Es sind Klänge von Tonträgern wie von Sprachspeichern, Klänge aus Popmusik und Poesie. Klänge von Don Drummond, dem unglücklichen Posaunisten aus Jamaika, Klänge auch aus deutschen Schlagerkellern, Klänge der Beach Boys, von denen hören wir gleich was, Klänge auch aus einer Lampada-Maschine, aber auch Klänge aus Dialekten, fremdartigen Wörtern und Wortkombinationen. In Grafit, seinem Buch, gibt es nicht nur das Gedicht als Klangspeicher, sondern auch das Gedicht als Sprachspeicher und Geschichtsspeicher. Beispiele vom Klangspeicher hören wir, auch Beispiele vom Gedicht als Geschichtsspeicher. Zuerst mal zum Gedicht und seiner Macht des Klangs. Wenn man die Essays auch von Marcel Bayer kennt, stellt man fest, dieser Dichter hat in seinen jungen Jahren eigentlich fast viel mehr mit Musikern zu tun gehabt, als mit vielleicht anderen Dichterkollegen, wenn er zum Beispiel, wie es in einem Essay heißt, einen Reggae-Musiker in London aufsuchen wollte. Und wenn man diese Gedichte nun studiert, dieses Band des Grafit, stellt man fest, jedes Gedicht ist durchwirkt von diesen musikalischen Zeichen. Und da ist natürlich die Frage gleich an dich, Marcel, ist der Lyriker, Marcel Bayer, ist jeder Lyriker eigentlich zuerst ein Musiker, bevor er zum Wörterforscher und zum Sprachforscher und als Spracharchäologen wird? Oh, ich glaube, derjenige, der gerne Musik machen würde, aber es einfach nicht schafft, der einfach nicht dafür geeignet ist, der kann dann vielleicht Lyriker werden. Also ich bin ja nicht Musiker gewesen, ich habe eine Zeit lang als Schüler Schlagzeug gespielt, aber ohne je Unterricht gehabt zu haben und das war wirklich eher aus Freude an der Sache, also wirklich freudiger Dilettantismus. Die klangliche Ebene des Gedichts ist mir von Anfang an sehr wichtig gewesen, weil für mich immer die Lesung, also die akustische Präsentation eines Gedichts und der Hauptmein der Texte immer sehr wichtig war von Anfang an. Und in den letzten zwölf Jahren ist hinzugekommen, dass ich ja auch Opernlibretti schreibe, also Text, der von vornherein dafür gedacht ist, dass er gesungen wird. Und wenn er gesungen wird oder nach Opern, Uraufführungen, kommen dann Zuhörer auf mich zu und sagen, ja, das war schon alles sehr schön, schade nur, dass man ihren Text nicht verstanden hat. Nun besteht aber Oper ja gerade daraus, dass sie ein Gesamtkunstwerk ist und man zwischendurch einmal eine Zeile versteht und dann folgt man nur dem ästhetischen Reiz des Gesanges. Dann kann auch die Stimme untergehen im Instrumentalklang und so weiter. Und das kommt mir sehr entgegen, weil ich auch keinerlei Schwierigkeiten damit habe, wenn ich Gedichte lese, in denen ich nicht sämtliche Wörter verstehe oder nicht das Gefühl habe, den ganzen Horizont, der hinter dem Gedicht steht, sofort zu erfassen, sondern ich kann dem erstmal als Klang auch folgen. Wenn Sie sich für den Musiker Marcel Bayer interessieren, es gibt noch ein filmisches Dokument, auf das ich immer wieder gerne zurückkomme, ein Film, der heißt Faustschnauze, vor 20 Jahren im WDR gesendet. 25. 25, okay. Und da sieht man den Marcel Bayer Schlagzeug spielen und auch mit Norbert Hummelt vielleicht zusammen auftreten. Jetzt kommen wir aber zu einem Gedicht, wo man vielleicht die Beach Boys hört, weil das Gedicht nämlich California Girls heißt. Also diese Figur Brian Wilson, also das Genie, das hinter den Beach Boys steht. Die Beach Boys sind ja an sich, oder die Beach Boys außer Brian Wilson sind ja nicht besonders interessant. Das sind ja tatsächlich surfende, damals junge und jetzt surfende alte Männer. Aber Brian Wilson, der mit 23 sein Meisterwerk schuf und danach eigentlich für acht Jahre oder so nicht mehr aus dem Bett kam, also einfach seiner eigenen Geniehaftigkeit nicht standhielt, ist eine durch und durch interessante Figur. Und das führte eigentlich in dieses Gedicht hinein. California Girls Im weißen Leuchtstofflicht mit festen Füßen, fester Hand, so stand er da, der Änderungsschneider, der Unbestechliche, Vielsprachige und spannte den Hemdärmel auf das Brett. Sein Eisen hielt er bereit, hielt seinen Dampfbügelautomaten mit verdrehtem Kabel mit 2600 Watt. Eiserner Kunstwille und Sachverstand. Er sah mich an, er sah an mir vorbei, er nahm mein Blumenhemd mit einer Lust in Angriff, als sei es das letzte Mal. Mir rann der Memmen, der Kanaljenschweiß. Du Totenreich, du blöde Shopping-Mall, wo alles Tag und Nacht bedunstet wird, alles mit California Girls beschallt. Die Artischocken, die Bananen, Büchsengemüse, Lethe, Schweinskoteletts. Und wo der Erinnerungsschneider, er lässt die Nähte aus mit herrlicher Gewalt, kaum je ein Wort, doch sprachgewandt, am Weg zum Parkdeck, seine Koje hat. Ja, in so Gedichten sind ja immer, nicht nur eben Klänge versteckt, sondern auch Hinweise offenbar auf andere Dichter. Das ist das zweite Gedicht über einen Änderungsschneider, den ich kenne. Das erste ist von der Friederike Mayröcker, über die du viel gearbeitet hast. Das stimmt. Ich habe daran gar nicht gedacht, obwohl ich noch im Dezember an der durch Friederike Mayröckers Gedicht berühmt gewordenen Änderungsschneiderei des Aslan Gültekin in Wien gelaufen bin. Hier spielt hinein ein Gedicht von Allen Ginsberg in der Californian Supermarket, wo eben auch die Schweinskoteletts und Lethe zusammen offenbar angeboten werden. Und das passt mir dann gut in dieses Gedicht, das vom Änderungsschneider und über das Bügeln ins Totenreich führen soll. Jetzt kommen wir zu dem Beispiel, das Gedicht als Geschichtsspeicher, das aber auch Klänge enthält, wie man gleich hören wird. Es geht nämlich um ein Gedicht, das heißt, es hat zwei Teile, das heißt an die Vermummten. Aber es hat ein Vorbild. Das Vorbildgedicht kommt von einem gewissen Georg Trakel, nicht ganz unbekannt. An die Verstummten heißt das. Also, es ist eine Begegnung erst mal mit Georg Trakel. Dann kommt eine Reizfigur, die auch noch nicht ganz vergessen ist, die heißt Osama Bin Laden. Und dann kommt noch ein Musiker, den auch viele kennen, der heißt Eminem. Und das alles in einem Gedicht. Wie das? Alles passt in ein Gedicht. Eminem hatte eigentlich, fand ich, den besten Kommentar abgegeben zu Osama Bin Laden, indem er sich selber als Osama Bin Laden verkleidete und in einem seiner Videos sehr albern herumtanzte. Und so mit dieser merkwürdig schwer gebändigten Aggressivität, die Eminem ausstrahlt und der hohen Kunstfertigkeit zugleich, sah ich einfach Georg Trakel vor mir. Und ich habe es tatsächlich versucht, Porträtfotos von Trakel und Porträtfotos von Eminem nebeneinander zu setzen. Man hätte wirklich denken können, die seien bei der Geburt getrennt Zwillinge. Und das hat in diesem Fall schon den Auslöser gegeben. Und dann habe ich festgestellt, dass sich entlang der klanglichen Spur, die Trakels Gedicht legt, sehr gut eine ganz andere Szenerie entwickeln lässt. Und ich lese beides. Ich lese zunächst den Trakel. An die Verstummten. Oh, der Wahnsinn der großen Stadt, da am Abend an schwarzer Mauer verkrüppelte Bäume starren. Aus silberner Maske der Geist des Bösen schaut. Licht mit magnetischer Geißel die steinerne Nacht verdrängt. Oh, das versunkene Läuten der Abendglocken. Hure, die in eisigen Schauern ein totes Kindlein gebärt. Rasend peitscht Gottes Zorn die Stirne des Besessenen. Purpurne Seuche, Hunger, der grüne Augen zerbricht. Oh, das grässliche Lachen des Golds. Aber Stille blutet in dunkler Höhle stummere Menschheit, fügt aus harten Metallen das erlösende Haupt. An die Verstummten. So, der Wahnsinn Abbotabad, da sich alles an schwarzem Material überlagert. Asche von Türmen, nordpakistanische Nacht und auch dieser alte, auf hoher See bestattete Zottelbart. Großes Bunkergefühl heute, samt Magengrollen. Ungefilmt bleibt der Nebenraum, wo man ein totes Kind verhört. Rasend peitscht Gottes Zorn den Heli übers Anwesen, Stroboleuchten ertasten zwei braune Augen, mehr nicht. Kohl, Kartoffeln und Haschisch im Hof. Dann gibt es nur noch eins, Blut. Man hört die vermummten Menschen, Flüche, raus, Warte, Metall, das Getöse, kein Laut. Oder was, Slim Shady vom Wagplatz, schaust du da, als Bartloser, aufgehübscht unterm Frotte-Turban, an deinem Billig-TV, Slim Shady im Traum. Bist mir magischer Bruder, weist eisern zu schweigen, wart ab, so wirst du dunklere Beute, bleib unerschrocken. Du sollst den Raum niemals sehen, dort hat man ein totes Kind verhört. Rasend peitscht, keine Geiseln, Gottes Zorn und kein Purpur, des Besessenen, kein Heavy Metal, Stirne, kein Licht. Du hast nur ein Tütchen Aurora, ein Tütchen Sarin und deinen fiebrigen Blick auf manchmal rosenfarbene Moscheen, nervösere Haut. Ja, Dichtung als Verknüpfung von Musik, Geschichte. Und zum Schluss vielleicht noch ein Gedicht, das den Dichter nun als Wörterbuchforscher, als Dialektforscher vielleicht zeigt, so wie Thomas Kling mal gesagt hat, jeder Dichter ist auch Wörterbuchkritiker und Wörterbuchforscher. Und so ist es auch Marcel Bayer in seinem Gedichtbuch Grafit. Da macht er nämlich etwas sehr Interessantes, er steigt hinunter in die Dialekte. Und was das heißt, das hören Sie jetzt. Und eigentlich handelt es sich nur um einen Einkauf im Supermarkt. Ich muss hinunter in die Dialekte steigen. Ich bin wie ein Palast vom Volk zersplittert. Ich bin der Hund, der sich vom Plus den Hals verdreht. Ich bin Senioren auf der Beautyfarm, ein Rand, ein Nebenwort. Das wird sich zeigen, wenn ich unten bin. Die Dialekte, da muss ich hinein. Der Wildener, der Landsknecht, der Nordhäuser, der ostpreußische Bärenfang. Man muss sie auf Hüfthöhe präsentieren. Und ich, mit Traktoristenhänden, muss in die Knie von meiner eigenen Niedlichkeit erdrückt. Ich schrieb, ich, Beuteldeutscher, schrieb, ein Kilo Räusperware. Ich muss zurück, ich schreibe, kleine Sprachen hin. Meine Kollegin Maria Gazzetti empfiehlt Ihnen das Gedichtbuch Grafit von Marcel Bayer und ich empfehle es Ihnen auch. Danke. Danke schön.